Hey, ich bin der Dominik von Backcountry Explosions und bei mir auf dem Kanal gibt es hier schon so ein großes allgemeines Messervideo, nenne ich das mal, über Outdoor-Messer. In der Folge dieses allgemeinen Outdoor-Messer-Videos resultierte dann ein Beitrag zu den unterschiedlichen Messergrößen und den jeweiligen Anwendungszwecken und daraus folgt dann im Prinzip dieses Video als kleiner Vergleich nur dieser etwas größeren, ich nenne sie mal Haumesser. Und wenn wir von den großen universellen Haumessern reden, dann liegt ja im Prinzip der Vergleich zu einem Handbeil recht nah. Denn viele nutzen ja genau jenes Handbeil für genau dieselben Tätigkeiten, die ich im Prinzip mit den großen Haumessern mache. Ein Vergleich zwischen der sogenannten, wie nennt man sie, Dreifaltigkeit der Outdoor-Werkzeuge, also dem Messer, der Säge und dem Beil. Ich denke, den kann man sich kompetenterweise sparen, denn wir alle wissen, dass eine Säge hauptsächlich nur für einen Anwendungszweck geeignet ist und zwar für das Teilen von Holz, vorzugsweise natürlich in dessen Querrichtung. Also niemand käme wohl auf die Idee, einen Stamm in der Längsrichtung mit einer Säge zu zerteilen, aber die wohl erste Idee, um genau jenen Stamm quer zum Holz zu teilen, wäre die Zuhilfenahme einer Säge. Und wenn wir die beihaben, wäre die Säge wohl das bevorzugteste Werkzeug. Und auch genau nur dafür ist eine Säge geeignet für nicht mehr und nicht weniger. Von daher brauche ich im Prinzip den Anwendungszweck der Säge nicht mit dem eines Beils zu vergleichen, denn es gibt zahlreiche Tätigkeiten eines Beils, dass sie beispielsweise eine Säge nicht machen kann, genauso wie auch mit einem Messer. Na ja, die Säge hier mal außen vor. Wir alle wissen, wie unnorm praktisch sie ist, wie effektiv, wie kraftschonend sich damit arbeiten lässt, aber im Prinzip hat das hier nichts heute in diesem Video zu suchen. Hier geht es ausschließlich um gerade Klingen ohne Zahnung. In diesem Video kommen also drei eigentlich unterschiedliche, aber dennoch Werkzeuge mit einer gewissen gemeinsamen Schnittmenge zum Einsatz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nummer eins wäre mein großes Tourenmesser. Klingenlänge 20 cm. Effektiv ab Fingerkeu gemessen ist es natürlich ein bisschen weniger. Klingenstärke 5,3 Millimeter. Schliff konvex. Gewicht 350 Gramm. Das Messer habe ich auf großer Tour immer dabei. Als reines Haumesser, als das es im Prinzip auch beschrieben ist, kommt dieses Bolo Messer mit einer 33 cm langen Klinge, ebenfalls konvexen Schliff, ebenfalls einer Klingenstärke von 5,3 Millimeter. Busse Basic 13 Bolo in diesem Fall. Und das Beil, was ich hier nutze, ist mein Grenzforce Wildmax Beil. Klingenlänge hier 8 cm. Schliff natürlich auch konvex, das heißt ballig. Diese drei Werkzeuge hier können in mindestens einem ziemlich wichtigen Punkt relativ identisch sein. Und zwar dem Gewicht. Das Beil hier hat ein Gesamtgewicht von knapp 700 Gramm. Ich glaube so irgendwas um die 600 Mitte 80er. Ich blende die Werte mal unten ein. Das große Bolo Messer steht dem nichts nach. Gewicht auch knapp 700 Gramm. Und das Tourenmesser hat in diesem Fall von den beiden Werkzeugen nur halb so viel Gewicht. Wie gesagt, ungefähr 350 Gramm. Aber, muss man dazu sagen, für die Größe ist es wirklich relativ leicht. Aufgrund der Bauart, wie bereits im anderen Video beschrieben, ist das hier kein Integralmesser, sondern, wie man das hier sieht, das ist ein Red Tail. Da eher alles versteckt. Es ist also relativ klingenlastig. Wenn ich diese Messergröße mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern als Integralmesser nutze, dann kann das Gewicht dieses Messers im Prinzip genauso hoch sein, wie das der beiden anderen Werkzeuge. Das heißt also zwischen 6 und 700 Gramm. Und damit stünden diese drei sich im Prinzip, was das Gewicht angeht, nichts nach. Es gebe also im Prinzip keine rationale Argumentation mehr, mich für das ein oder andere aufgrund des Gewichtes zu entscheiden. Ja, denn das ist ja im Prinzip für die Grammjäger mal ganz wichtig, möglichst wenig mitzuschleppen. Ja, das heißt also, alle drei Werkzeuge, ein großes Messer, ein sehr großes Haumesser, als auch ein Handbeil, können gleich schwer sein. Der Unterschied kann natürlich nur die Größe sein. Ja, wobei hier, wie wir schon sehen, Messer und Beil sich in der Größe, zumindest in der Länge, nach nichts nehmen. Nur der Unterschied zum großen, zum sehr großen Haumesser in diesem Fall ist natürlich ein bisschen mehr. Gewichtstechnisch, aber wie gesagt, kein Unterschied. Ja, und dann wollen wir auch schon mal gleich loslegen. Auf geht's. Ja, der Hund fängt schon mal an. Ich werde den jetzt auch anfangen. Und zwar, um das grobe Unrad hier zu beseitigen, fange ich natürlich mit dem, ich denke in meiner Meinung nach, effektivsten Werkzeug an, was ich dafür nutzen würde, wäre dieses hier. Das heißt, wir machen den ganzen Haufen jetzt mal ein bisschen klein. ... ... ... ... ... ... Jetzt haben wir das Ganze hier so weit vorbereitet, dass ich euch mal einen kleinen Unterschied zwischen einem großen Haumesser und einem kleinen Beil. Tatsächlich ist das große Messer nicht viel weniger kopflastig als das kleine Beil. Beim Beil ist nur der Unterschied, dass das meiste Gewicht natürlich nur auf den Kopf des Beils fokussiert ist und der Griff, der Stiel relativ leicht ist, während hier das Gewicht auf die ganze Länge verteilt ist. Dennoch sind beide relativ kopflastig, was sie zu super Hauwerkzeugen macht. Wir werden jetzt einfach mal den Unterschied testen an einem Stückchen hier, was denn vielleicht das Bessere sein könnte. Dieser Stamm hier, schätze ich mal so auf 15 cm Durchmesser. Wir testen jetzt mal, welches dieser beiden hier am effektivsten ist. Fangen wir an mit dem, was die meisten von euch haben, Beil! So. Dann wird es schon warm. Ich mache es mit Absicht nicht ganz durch. Hat den Grund, wir sind jetzt ungefähr ziemlich genau bei drei Viertel. Den Zeitvergleich machen wir bei beiden natürlich die gleiche Stärke. Ich möchte, dass der Ast hier hängen bleibt. So. Dann käme wir als nächstes das wirklich große Haumesser. Die sitzen gleich daneben an. Ich lege ihn mal ein bisschen ab. Ab. Nee, ab. So. Ich lege ihn mal ein bisschen ab. Ich lege ihn mal ein bisschen ab. Ich messe die Zeit mal. Den Unterschied, den man hier schon sieht. Wenn ich mir die beiden Keile hier ansehe, die ich ausgeschlagen habe. Der Keil des Handbeils deutlich schmaler. Das heißt, ich arbeite hiermit zielgenauer. Offensichtlich. Und was ich in der Anwendung gemerkt habe, natürlich durch den Stiel rutscht das Bein nicht aus der Hand. Das wird hinten breiter. Und dadurch habe ich immer einen sicheren Griff, auch noch nach 30 Schlägen. Beim Haumesser, wenn man so eins nutzt, sollte man in jedem Fall darauf achten, dass hinten der Griff, das Griffende, ähnlich dem eines Beils ist. In diesem Fall ist es nicht der Fall, deswegen habe ich nämlich einmal umgegriffen, um zu sehen, wie es in der linken Hand ist. Das Messer tendiert dazu, aus der Hand zu rutschen. Muss man sagen, die Resiprem C-Griffe der Busy Basic-Reihe sind wirklich sehr gute Griffe, da sie top in der Hand liegen und sehr schlagdämpfend ist. Aber das ist hier natürlich ein reines Haumesser. Das heißt also, hier müsste man etwas haben, damit das nicht aus der Hand gleitet. In diesem Fall, ich zeige euch das gleich nochmal auf dem Foto, ist zumindestens von der Zielgenauigkeit tatsächlich das Beil ein klein wenig besser. Ja, komm mal hier rum, ist das Beil ein klein wenig besser als das große Haumesser. So, wir haben jetzt gesehen, Beil zum Messer bei einem Stammdurchmesser von ungefähr 15 Zentimetern, hier würde ich eindeutig zum Beil greifen. Keine Frage, es ist komfortabler, wenn man länger schlagen muss. Das heißt, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Baum zu fällen oder halt so einen dicken Stammdurchzuschlagen. Wenn es nur darum geht, einen Ast zu nehmen, der ungefähr nur knapp die Hälfte des Durchmessers ist, probieren wir das Ganze nochmal aus. Wir fangen diesmal mit dem Haumesser an. So, das sieht sehr gut aus, war auch völlig in Ordnung vom Komfort her. Jetzt das Ganze mit dem Beil. Der Ast ist ziemlich gleich. Auch das ging tadellos, muss man sagen. Ich werde die Zeit jetzt mal vergleichen. Nur nochmal, damit ihr das seht. Gleicher Durchmesser. Und ja, beide Schnitte sind, die vom Messer sind natürlich etwas gerader, aber am Ende, beziehungsweise glatter, aber am Ende macht das halt keinen Unterschied. Ich habe zwei Stück, wunderbar Feuerholz. Das heißt also, wenn ich diese beiden hier miteinander vergleichen muss, ist das, wie schon vorab genannt, das Messer, universeller. Aber beim Durchtrennen von großen Sachen habe ich die Wahl, würde ich zum Beil greifen, da es nicht unbedingt die kraftschonendste Art ist. Wenn die Stücke kleiner sind, das heißt, ich brauche nicht so viele Schläge, wenn wir beispielsweise hier, ja, wenn wir beispielsweise sowas hier haben, ja, da könnte ich jetzt natürlich mit dem Beil arbeiten. Keine Frage, ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das geht mit dieser Klinge genauso. Aber der Unterschied ist, bei dem großen Messer ist einfach, ich bin treffsicherer. Beim Beil, das hat eine Klingenlänge, in diesem Fall von acht Zentimeter knapp. Die Klingenlänge, ne, keine Frage. Das heißt, egal, wo ich hinhaue mit dem Messer, ich treffe immer, ne, während ich mit dem Beil schon zielen muss. Und bei gewissen Aufgaben könnte das für den einen oder anderen, je nachdem, wie fähig er ist, ähm, nicht so toll sein, ja. Habe ich zum Beispiel nur ein kurzes Stück hier, ne, da, ich persönlich werde da nicht daneben hauen, ja. Ja, ich treffe das ziemlich genau mittig. Und genauso wird es auch mit dem Messer sein. Aber wer vielleicht nicht ganz so treffsicher ist, der sollte entweder mit dem Beil üben oder zum Messer greifen. Wenn es jetzt um Schnittsaufgaben geht, ja, das Beil kann ich hier auch schön in der Hand halten, dafür ist das wirklich geeignet. Und kann damit auch meinen Zünder machen, ne. Dafür, das zeige ich euch später nochmal extra, den Unterschied, ich will nur schon mal ein bisschen was vorweggreifen hier, ne. Das ist möglich. Und genau das gleiche ist natürlich auch hier mit dem Messer möglich, ne, keine Frage, ne. Der Brottest. Beginnen wir mit dem Messer. Wie ihr seht, keine Probleme. Das große Messer. Ihr seht das an der Klinge. Das ist ein schwieriges Brot. In dem Fall ist es ein Schia-Brot. Das ist sehr klebrig vom Teig her. Also es ist schwierig zu schneiden, ne. Ich habe mit Absicht kein leichtes Brot genommen. Und natürlich das Beil. Hier spare ich mir die zweite Scheibe. Man sieht das schon. Testsieger in diesem Fall. Erwartungsgemäß das normale große Messer mit einer wirklich vernünftigen, tadellosen Scheibe, trotz der schwierigen, sehr frischen, klebrigen Teigmischung dieses Schia-Brotes hier. Das große Haumesser war auch noch okay, jetzt nicht meine erste Wahl, aber dafür völlig ausreichend noch. Das heißt also auch ein normales Brot ist damit gar kein Thema. Und das Beil, tja, mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Im absoluten Notfall geht das, ansonsten definitiv nicht dafür geeignet. All diejenigen, die das Video zum Klingen-Größen-Vergleich schon gesehen haben, wissen ja, dass ich ein relativ großer Fan von Bolognese bin, ne. Und hier noch eine ganze Menge Zwiebeln habe. Für alle anderen nochmal, die Zwiebeln sind mehr oder weniger eigene Ernte. Stammen aus dem letzten Herbst und liegen hier schon seitdem draußen bei mir im Wald. Haben also auch schon wirklich alles mitgemacht bis minus 20 Grad Celsius. Sie sind aber nach wie vor sehr schmackhaft. Und für diesen Gemüseschnitt-Test sozusagen relativ aussaherkräftig, da so ein Mix teilweise zwischen einem harten und einem weichen Gemüse bieten. Man könnte also sagen, es ist so die Mitte aus Tomate und Kartoffeln. Also zumindest meine Zwiebel. Und da fangen wir auch gleich mal an. Hier mit dem Messer. Große Klinge. Ich greife bei dem großen Messer hier natürlich wieder in die Fingeraussparung, beziehungsweise auch mit der Daumenauflage in Kombination, weil natürlich meine Modifikation an diesem Messer auch genau dafür da ist. Wir versuchen hier möglichst gleich große Scheiben zu schneiden. Es geht hier nicht um die dünnste Scheibe, denn wie auch die anderen Zwiebeln, die ich bereits verarbeitet habe, ist auch das hier wieder für Bolognese. Nur werden sie in diesem Fall eingefroren. Wie ihr seht, hat das wunderbar funktioniert, ohne Probleme. Wir machen mal gleich noch eine, damit ihr seht, dass das nicht nur beim ersten Mal funktioniert hat. Trotz der relativ großen Klingenstärke von über 5 Millimeter und dem balligen Anschliff lässt sich diese Zwiebel hier verhältnismäßig gut teilen. Alle Scheiben sind sehr gut geworden. Wir können auch ein bisschen klein machen. Auch zum Kleinmachen ist das Messer in dem Fall für Hackarbeiten gut geeignet, wie man sieht. Wie gesagt, hier werden keine Lebensmittel verschwendet. Das wird alles irgendwann gegessen. Soviel zum großen Messer. Kommen wir nur zum sehr großen Messer, dem Haumesser. In dem Fall Bolo-Klingenform. Hier kann ich nur, wie ihr das schon seht, versuche ich so nah wie möglich an die Klinge vorne heranzufassen. Bietet hier mir genau diese Aussparung den maximalsten Punkt. Ich nehme der Einfachheit halber immer eine Lage weg, der Zwiebel, da die sich sonst sehr schlecht pellen lässt, aufgrund des sogenannten Frostschadens. Dann geht es wieder los. Ich nutze hier mal die komplette Klingenlänge des Messers. Also so weit wie es möglich ist. Alle drei Klingen, heute übrigens gleich scharf. Ich habe also mit diesen schon gearbeitet. Daher ist dieser Test relativ repräsentativ. Sind also nicht frisch abgezogen oder ähnliches. Es sind schon einige harte Tätigkeiten mit verrichtet worden. Mit allen drei Klingen hier, wie gemerkt. Von daher würde ich mal sagen, Schärfe liegt vielleicht so bei 85%. Ich könnte damit vielleicht noch zur Not ein Papier gerade schneiden. Aber das wäre vielleicht schon grenzwertig, muss ich sagen. Aber für diese Aufgaben, wir schneiden ja hier kein Papier, sondern Lebensmittel. Ihr seht, das geht. Ähnlich dem großen Messer, auch gar nicht so verkehrt. Das letzte Stück ist natürlich aufgrund des Gewichtes der Klinge ein bisschen komplizierter. Die Bolo-Form hilft mir übrigens dabei sehr gut, das Schneidgut im Prinzip zu teilen. Da, wenn ich es lang ziehe, ich keinen Druck ausüben muss. Aufgrund des Gewichtes der Klinge, die ich einfach nur mehr oder weniger gerade halte, zieht sie von ganz alleine im Prinzip schon durch das Schnittgut durch. Von daher ist diese Form im Prinzip auch so meine praktischen Lieblinge. Teilen. Zum Teilen ist jetzt weniger Auflagefläche als mit dem großen Messer. Ich habe nur den Bauch hier. Hier habe ich die komplette Länge gehabt. Und hier im Prinzip nur das Stück, was weiter unten ist. Wenn ich halt hier im Prinzip auf meinem sogenannten Tisch bleiben möchte. Das heißt, ich treffe mit einem Schlag ein bisschen weniger. Aber es geht flüssiger durch. Ich schneide tiefer. Aufgrund des Gewichtes natürlich, wie gesagt, der sehr vorderlastigen Klinge. Das war jetzt im Prinzip das Bolo. Nun kommen wir zum Beil. Wenn die ersten vielleicht schon die Nase rümpfen. Aber auch das muss ja getestet werden. Der Schliff des Beils ist natürlich, um es nochmals zu zeigen, noch deutlich konvexer, also noch balliger im Prinzip, als der des Messers. Wenn man das mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja. Also das Messer und auch ähnlich das Bolo sind nicht so extrem ballig. Die Spaltwirkung hier ist natürlich also wesentlich höher. Wir versuchen jetzt trotz der hohen Spaltwirkung mal möglichst gleiche Scheiben zu schneiden, soweit wie das geht, ja. Der Schneid, die Schneidbewegung hier, wie ihr seht, ist natürlich deutlich kürzer, ja. Ich sehe nur 8 cm Klingenlänge. Das entspricht also der eines wirklich sehr kleinen Messers nur. Aber auch das geht bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt fällt die Zwiebel natürlich auseinander. Jetzt drücke ich sie im Prinzip kaputt, weil ich mit dem Beil natürlich mehr aufdrücken muss. Es ist hier nicht so effektiv wie mit einem Messer. Tja, das wird nichts mehr. Aber hier bekommen wir noch einmal durch. Jetzt drücke ich natürlich mehr. Hier brauche ich nicht mehr schneiden. Wie gesagt, die Zwiebel ist weich. Damit ihr das nochmal seht, die kann ich hier wirklich, naja, schwierig. Also ich kann sie aber gut zusammendrücken. Also die fällt jetzt natürlich auseinander. Aber ihr versteht zumindest, was ich damit sagen möchte. Die Zwiebel ist weicher, als ihr das denkt. Und auch hier der zweite Schnitttest. Nehmen wir jetzt hier wieder die äußere Lage weg. Und los geht's. Das ist natürlich von Typ zu Typ des Beils unterschiedlich. Nicht jedes Beil kann ich am Kopf so gut führen, wie beispielsweise dieses hier. Ich habe mir das ja extra deswegen ausgesucht, weil es relativ führig ist noch für einen Beil. Da gibt es andere Kandidaten, die diese Griffposition hier überhaupt nicht erlauben würden. Und trotz dessen, ihr seht, das Beil ist nicht stumpf, aber es drückt mir das Schneidgut eher kaputt, als dass ich damit vernünftig arbeiten könnte. Das Teilen geht erwartungsgemäß dem eines Beils wiederum für die relativ kurze Klingenlänge natürlich sehr gut. Aber nicht unbedingt schneller, weil, wie gesagt, ich öfter schlagen muss. Das Ganze ist jetzt ganz gut Bolognese-tauglich und kommt auch gleich mal in die Gefriertruhe rein. Für den nächsten Test machen wir jetzt Äste mit einem Durchmesser von ungefähr fünf bis acht Zentimeter, auf jeden Fall daumen, möglichst klein. Das wird ein bisschen gröber jetzt. Daher, Safety first. Wir beginnen mit dem Beil. Ich versuche hier ungefähr 30 Zentimeter lange Stücke abzutrennen und wichtig bei solchen Hack- und Hauarbeiten ist immer ein wirklich fester Auflagepunkt des Werkstückes. Ganz gut getroffen, möchte ich meinen. Es gibt hier keinen großen Verlust. Nächstes Werkzeug wäre das große Bolo-Messer. Gleicher Durchmesser. Ihr seht auch hier ähnlich, effektiv. Der Anfang war ein bisschen schwieriger, weil sich das Bolo-Messer aufgrund der, naja, weniger Balligkeit, also es ist natürlich deutlich schmaler als das Beil und damit beißt es natürlich deutlich tiefer bei gleichem Gewicht. Das heißt, hier muss man darauf achten, dass man das, wenn es im Werkstück drinsteckt, dass man es auch wieder rausbekommt. Muss ich dazu sagen, diese Kiefer ist gestern erst gefällt worden. Die ist also frisch. Bei einem härteren Holz wäre das ein bisschen was anderes. Und Variante Nummer 3 wäre das Messer. Jetzt können wir uns schon vorstellen, wenn wir jetzt hier ebenfalls mit dem Shopping weitermachen, ist das ziemlich mühsam. Aber für den ersten Versuch machen wir das mal, um hier den wirklich 1 zu 1 Unterschied zu sehen. Gleiche Schwierigkeit wie mit dem Bolo. Es beißt wirklich tief. Damit kann ich, wenn ich gut treffe, zwar einen sehr großen Erfolg erzielen, aber wie man hier auch sieht, es ist anfangs schwierig. Erst wenn der erste Keil raus ist, so wie jetzt hier, dann ist es kein Problem mehr. Also das Messer hier natürlich erwartungsgemäß langsamer und schwieriger. Mehr Kraftaufwand für nötig. Jetzt haben wir hier vier gleich große Stücken. Und jetzt machen wir das Ganze mal, nachdem wir das jetzt eben mit dem Chopping hatten, nehmen wir jetzt mal das Betoning. Der ist ein bisschen unförmig gebogen, aber tatsächlich gleich stark. Da habe ich drauf geachtet vorhin. Ich muss den nur ein bisschen glatter machen vorne. So. Ihr seht schon, wozu ich automatisch greife, ne? Ich mir von den drei meinen Lieblingswerkzeug auszuholen muss. So, gerade Auflagefläche. Ja, 30 Zentimeter. Beil. Und diesmal das Beil nicht dafür, wo es eigentlich für geeignet ist, zum Schlagen, sondern diesmal mit dem Betoning. Das heißt, zur Hilfenahme eines Schlagholzes. Das ist hier in dem Fall Maulbeere. Ist vor ungefähr vier Wochen gefällt worden. Also war schon tot. Also stabil genug, denke ich. Und diesmal. So. 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 Ihr seht hier, Betonung am Beil ist definitiv nicht die geeignetste Variante mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Das macht in diesem Fall wirklich keinen Sinn. Aber ich wollte euch den direkten Vergleich mal zeigen. Da wir jetzt ein relativ langsames Werkzeug hatten, nehmen wir jetzt auch mal das Messer, weil wir hier ja wahrscheinlich ähnliches erwarten werden. Aber für das Messer wiederum ist das Betonung in jedem Fall geeigneter. Also wenn ihr das mal irgendwo in einem Video seht, das was ziemlich tief beißt, das könnte daran liegen, dass das Holz wirklich noch frisch ist. Ja, könnt ihr mich täuschen, aber ich denke, dass wir mit dem Messer und dem Betonung schneller waren als mit dem Beil und dem Betonung. Und letztes Werkzeug beim Betonung dann unser Bolo. Hier habe ich natürlich den Vorteil, dass ich durch die lange Klingenlänge auch genügend Platz habe, um hier zu schlagen. Ja. Der Schnitz ist hier am sauersten und es ging am schnellsten. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir mit jedem Werkzeug im Einzelnen bei nur einem einzigen Schlag kommen. Das heißt, wir messen hier mal, wie effektiv dieses Werkzeug bei der gleichen Kraftaufwendung ist. Fangen mit dem Messer an. Ich bin hier mit dem Messer ungefähr ein Drittel, ja doch ziemlich genau ein Drittel tief in den Ast hineingekommen. Wir versuchen das jetzt mal stecken zu lassen, ja in der Hoffnung, dass es nicht rausfällt und nehmen das sehr große Haumesser. Gleiche Test. Man sieht das schon, ich bin mit dem Haumesser deutlich weiter gekommen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es, also die Hälfte ist es noch nicht, aber 40 Prozent sind es in jedem Fall. An dem Stück, wo der Bauch des Bolus ist natürlich tiefer als an dem etwas geraden Stück. Natürlich das große Haumesser hier deutlich effektiver bei gleichem Kraftaufwand, wohlgemerkt. Ich führe das Werkzeug nur einmal in das Werkstück. Und nun das Beil. Ihr seht, das Beil beißt nicht wirklich, ja, sondern es fängt gleich an beim ersten Mal schon ein Keil aus dem Holz zu treiben, ja, und bleibt nicht stecken. Die Schnitttiefe des Beils müsste ich jetzt mal veranschaulichen, indem ich es wieder in die Kerbe reinschlage, wo es gerade herkam. Ja, nicht schummeln. Ist also weniger als das Messer und natürlich auch als das große Haumesser, aber es hat dafür im gleichen Atemzug bereits Holz rausgetrennt. Für den dritten Test am Ast nutze ich jetzt die jeweils für das einzelne Werkzeug effektivste Variante zum Trennen dieses Astes. Es sind jetzt unterschiedliche Methoden, aber ich versuche jetzt im Prinzip so schnell wie möglich mit dem geringsten Kraftaufwand einzeln durchzukommen. Der gleiche Ast wie eben auch. Wir beginnen hier mit dem Messer. Den ersten haue ich mal so rein und dann geht es los. So. 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 Das war Betoning. Mit dem großen Messer der 20 cm Klingenlänge. Als zweites, mein großes Haumesser, würde ich in diesem Fall mal schauen, was am geeignetsten ist. Vielleicht mache ich ja eine Kombination. Gucken wir mal. Ich habe es kommen sehen. Jetzt muss ich gucken, dass es auch zueinander passt. Ich denke, die Beine sind es hier. Ein Schlag mit dem Bolo-Messer. Beim dritten Werkzeug werden wir natürlich die gleiche Variante nehmen. Dafür ist es halt geeignet. Schauen wir mal, wie weit wir da mit einem Baum kommen oder ob wir das auch hier hinbekommen. Ich habe mir Mühe gegeben, aber mehr war nicht drin. Aber ich denke, auch drei Schläge können sich sehen lassen. Letztes Stück ist wie auch beim Bolo natürlich eher weggebrochen, aber das spielt ja keine Rolle. Hauptsache durch. Wie gesagt, die Kiefer ist gestern erst gefällt worden. Das heißt, die steht im Prinzip noch im Saft. Man sieht es ja überall rausharzen. Die ist noch sehr frisch. Und jetzt nehmen wir mal ein auch weiches Holz, aber schon älteres. Was wir ja vielleicht so oft mal in Skandinavien finden, ist so eine rumliegende Birke. Im Prinzip millionenhaft wäre der Klassiker dort. Mit dem Messer sind wir bis zur Hälfte durch. Birke eignet sich natürlich vorzüglich zum Anzünden, aufgrund des hohen Anteils an Ölen in der Rinde. Ich könnte jetzt natürlich, weil ich schon halb durch bin, das Ganze auch mit dem Knie brechen. Also ich brauche da jetzt nicht noch weiter drauf rumschlagen. Messer einmal bis zur Hälfte. Jetzt im Prinzip meine beste Freundin. Aber immerhin. Und zu noch guter Letzt das Beil. Beim Durchmesser sind wir noch ähnlich. Das ist noch kein großer Unterschied jetzt, auch wenn es ein bisschen dünner wird, aber das spielt glaube ich keine große Rolle. In dem Fall punktet das Beil. Weil, wir hatten vorhin schon gesehen, das Beil beißt nicht so tief, greift dafür aber mehr das Holz an in der Breite. Und das ist natürlich bei diesem relativ, naja, alten, trockenen Holz und weichen, wie gesagt, natürlich deutlich effektiver. Hier würde ich also nicht mit einem möglichst großen Gewicht und einer relativ schmalen Schneide arbeiten, weil da würde viel Kraft einfach verpuffen, sondern hier nehme ich ruhig das, was im Prinzip möglichst breit in der Klinge ist, bei seinem extrem weichen Holz. Gar kein Problem fürs Beil. ... Das ist eine große Herausforderung. Das war's. Das war's für heute. 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 Ihr seht, kein Problem. Der hat jetzt ungefähr 10 cm Stärke. So, machen wir das jetzt noch ein bisschen kleiner. Das war's für heute. Jetzt haben wir vier Stücke. Das sind eigentlich ziemlich genau perfekte Holzscheite für so mittleres Feuer. Die brennen zwar nicht besonders lange, dafür relativ gut an. Würde man also so schon sehr gut nehmen können. Kommen wir nun zum großen Haumesser. So, gleiche Tätigkeit. Der Stamm ist, muss ich sagen, ungefähr einen guten Zentimeter mehr im Durchmesser. Aber viel komplizierter ist eher hier den hinzustellen, weil er ziemlich krumm ist. Schade. Wir wollen natürlich nicht den Effekt verpuffen lassen, wofür das Haumesser prädestiniert ist. Also zum Hauen. Gucken wir, dass wir den mal ein bisschen hingestellt bekommen. Naja. Lange steht da nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Messer schon vom Anfang an gut angesetzt bekommen. Also nicht so. Der Stamm ist schief, muss ich auch mal so etwas zu meiner Verteidigung sagen. Deutlich besser. Und dann ziehen wir jetzt hier durch. Das war es dann auch schon. So, wir hatten jetzt die Kiefer. Und jetzt gehen wir mal über zur Birke. Das ist ja eigentlich so diese klassische Kombination aus dem skandinavischen Norden. Kiefer Birke. Das findet ihr zum Beispiel überall. Das ganze Jahr über. In hundertfachen. Das muss auch nirgendwo frisch gefällt werden. Auf keinen Fall. Das ist immer genug alt und totholz vorhanden. Diese Birke ist ungefähr drei Jahre alt. Und wir werden die jetzt einfach mal mit dem Werkzeug spalten. Beginnen wir mit dem Beil. Der Schlag war so perfekt. Da muss ich mich jetzt mal selber loben. Entschuldigung. Man tendiert ja sonst eher da mal zu überschlagen. Und jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Wir können jetzt so weiterschlagen. Aber da laufen wir Gefahr, dass wir das Beil wieder aus dem Stückgut rausschlagen. Das wäre ja schade. Wir nutzen also in dem Fall so wie es drin steckt gleich die Führung und schlagen das Ganze andersrum. Das ereignet sich vor allen Dingen bei großen schweren Stämmen. Ich kann so mit einem kleinen Beil auch relativ groß im Durchmesser Stämme trimmen. Ich habe jetzt hier also nicht am Beil unnütz gehebelt, um den guten Vorsatz zu zerstören, sondern habe den ausgenutzt und bin genau so gut durchgekommen. Also wenn das Beil drin steckt, lasst es da stecken und versucht nicht groß zu hebeln. Nur kleiner Tipp am Rande. Also ihr seht wirklich, die Birke ist trocken. Ich habe da jetzt nicht gelogen. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch feiner machen. Das wollen wir hier natürlich auch tun. Zum Anzünden soll das Holz sein. Hier ist sogar ein bisschen Wurm drin. Tatsache. Gut, also das haben wir gesehen. Mit dem Beil gar kein Problem, das zu spalten. Jetzt das Gleiche mal mit dem Messer. Hier wieder unvorteilhafte Lage des Holzes. jetzt wird es nun ein bisschen zu spalten. Und jetzt geht's. Auch das mit dem Messer überhaupt gar kein Problem. Es verlangt in dem Fall etwas, wie soll ich sagen, mit dem Messer brauche ich etwas mehr Kraft durch das Schlagen im Prinzip und bei dem Beil kommt es ein bisschen mehr auf die Technik an. Aber ich würde sagen die Zeit im Endeffekt kein großer Unterschied. Der Vorteil des Messers im Gegensatz zum Beil beim Spalten von Holz ist, wenn ich es einmal an der richtigen Position angesetzt habe, wie ich es haben will, kann man sich auch ziemlich sicher sein, abhängig natürlich von Aststück oder nicht, dass ich dann da auch an dieser Stelle durchgehe, also das heißt, ich bekomme genau den Spalt, den ich anvisiere. Beim Beil ist es ja doch eher so, dass wenn ich da neu ansetzen muss, natürlich nicht exakt so treffe. Weil wir haben gesehen, das Betoning ist nur bedingt geeignet für das Beil. Betoning grundsätzlich nicht kräftesparender, aber dafür genauer. Ich bekomme jetzt im direkten Vergleich mit dem Messer und dem Betoning mindestens die gleich dünnen Stückchen hin, wie auch mit dem Beil. Ich würde sogar mal so sagen, ich bekomme hier noch viel dünnere hin. Weil das Messer natürlich nicht so ballig geschliffen ist, wie der Kopf des Beils breit ist und damit mir die Sticks nicht wegbrechen. Das heißt, möchte ich möglichst fein haben, wäre das Messer dazu deutlich eher geeignet als das Beil. Ihr seht das schon, ich kann das hier wirklich super fein spalten. Das ist jetzt natürlich abhängig von der Holzart, aber das ist mit einem Beil jetzt nicht möglich. Also zumindest nicht mit dem gleich geringen Aufwand, das muss man immer dazu sagen. Wenn ich mich jetzt vernarrt richtig da reinsetze und mir besonders da Mühe gebe, geht alles irgendwo, aber wir wollen ja realistisch bleiben draußen. Und nach dem Beil und dem Messer, dritte Variante, unser sehr großes Haumesser. Auch hier mache ich es wie bei beiden anderen auch. Ich versuche mit dem ersten Stück schon gezielt richtig anzusetzen und natürlich versuchen wir, wir haben jetzt hier natürlich zwei Möglichkeiten. das ist bei einer Kukri im Prinzip ähnlich. Treffe ich mit der ersten Hälfte des Werkzeuges, habe ich natürlich einen wesentlich besseren Hebel nachher beim Schlagen, keine Frage. Treffe ich allerdings mit dem vorderen Drittel, habe ich eine höhere Spaltwirkung. Das war, ich verzichte jetzt auf das Eigenloben, das war wirklich perfekt. Und jetzt habe ich mit diesem Werkzeug, so wie es jetzt hier drin steckt, gleich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt entweder betonen, hier vorne drauf hauen, das wäre wirklich nur durch, als auch ich könnte das Werkstück hier auf den Klotz hauen, um dann damit weiter zu spalten, als auch natürlich, ich kann es, wie wir es eben schon hatten mit dem Beil, auch so schlagen, je nach Abhängigkeit davon, wie tief ich drin bin halt natürlich. Und kann dann natürlich auch überschlagen, zum Beispiel kann ich hier diese Spitze verwenden. Ja, also diesen Klotz hier mit, wenn ich so spalte. Das sind Varianten, die habe ich mit den anderen beiden Werkzeugen eher selten. Also, worauf ich hier nochmal hinaus will, ich bin tatsächlich mit diesem großen Haumesser deutlich flexiblerer in der Anwendung. Ich versuche jetzt die Möglichkeit zu nehmen, die hier am schnellsten geht natürlich, ja, vermeintlich. Warum hat es hier länger gedauert, ja, lag jetzt nicht an dem Werkzeug, sondern wir hatten hier natürlich wieder eine Krümmung drin im Holz. Ihr seht das hier vielleicht, ja, und dieser Krümmung war genau ein Aststück. Und da ging natürlich das Messer denn etwas auf Irrwege, aber wie gesagt, im Endeffekt auch kein Problem. Ja, ich habe in diesem Fall eher kraftschonend gearbeitet. Und das können wir jetzt das Ganze hier natürlich, hier ist der Astansatz, ihr seht das, ja. Können wir jetzt hier natürlich nochmal ein bisschen kleiner machen das Ganze. Wir fangen wieder an der leichten Seite an. Jetzt können wir hier weiter, jetzt noch ein bisschen mehr an. Hier ist ja noch ein bisschen mehr an. Wenn ich jetzt hier gerne zweite Seite an. Und auch immer ein bisschen mehr an. Die Probleme ist wirklich zusammen. Das ist wirklich heute. Wir machen das nicht wieder. Das ist wirklich von den drei Holzstücken das schwierigste stelle ich fest. Da können wir froh sein, dass wir hier wirklich das beste Werkzeug dafür genommen haben. So jetzt haben wir im Prinzip mit den drei Werkzeugen jedes auf seine Art und Weise Feuerholz relativ klein gemacht und jetzt schauen wir mal, dass wir damit ein paar Anzündspäne oder wie es heutzutage ja heißt Feathersticks hinbekommen. Den Halmarbeitsschutz können wir jetzt weglegen. Es wird wahrscheinlich nichts mehr durch die Luft fliegen. Und wir fangen mal, ja ich müsste jetzt eine Umfrage machen. Mit welchem Werkzeug starten wir denn jetzt. Ipp zipp zapp und du bist ab. Das ist jetzt mal andersrum gemacht. Wir nehmen das Beil. Und wir schauen jetzt mal, dass wir mit dem, ihr seht nochmal, oder auch nicht, das weiß ich nicht. Es ist noch gut scharf. Schauen jetzt mal, dass wir hier aus der Birke wie gesagt ein paar Späne bekommen. Bei einer weichen Birke muss ich sagen, funktioniert das wirklich relativ gut mit dem Beil. Ich muss jetzt eher aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht ins Knie schneide. Ich will das ja so machen, dass ihr das seht. Draußen würde ich so natürlich nicht arbeiten. Das wäre mir ein bisschen zu heiß. Aber wir versuchen das ja kamerafreundlich zu machen. So. Das ist Resultat Beil. Im Prinzip tatsächlich kein Problem. Dann greifen wir zum Messer. Jetzt gibt es kein Zip zapp Spiel hier. Und das gleiche ebenfalls auch hier. Das Messer muss ich feststellen. Ja, es ist noch scharf. Aber es war schon mal schärfer. Beim Messer habe ich jetzt hier tatsächlich bei dem großen Messer eher das, ich will nicht sagen Problem, ist ein Komfort-Ding. Fasse ich den Griff an, geht mir viel Hebelkraft verloren, weil ich ja weiter vorne schneiden muss. Ich kann aufgrund meines Fingercoils leider nicht hier direkt am Griff ansetzen. Das wäre jetzt bei einem Messer von Vorteil, wo ich kein Fingercoil habe, sondern die Schneide durchgängig bis zum Griffstück ist. Hat beides Nachteile, diese Bauart. Ich versuche jetzt natürlich vorne anzusetzen, in meinen Fingercoil hier. Ja, aber es ist dennoch nicht so führig tatsächlich, wie eben das Beil war. Aufgrund der, was ja nur eine relativ geringe Klingelnlänge hatte. Ja, das ist jetzt hier tatsächlich machbar mit dem Messer. Ja, bekomme jetzt hier Späne hin. Aber ich sage euch gleich, einen Preis im Erzgebirge gewinnt das hier nicht. Das liegt jetzt allerdings an der Bauart. Und ich muss immer dazu sagen, das ist mein Tourenmesser. Also das war Versuch Nummer eins. Ja, ich mache das sonst, das gebe ich ehrlich zu, mit diesem Messer nicht. Dafür nehme ich sonst wirklich ein kleineres. Aber wir versuchen es gleich nochmal mit einem anderen Stück Holz, um das auszuschließen, dass es nicht am Holz lag. Ja, es ist hier aber genau dasselbe. Das Holz ist also, was das angeht, in Ordnung. Da kann ich jetzt nicht die Schuld drauf schieben. Das ist mit dem Messer, hier mit dem großen, halt, es ist okay. Ja. Auch das mit dem Messer, ihr seht, kein Problem. Wenn ich jetzt den direkten Unterschied zwischen Messer und Beil nehmen müsste. Wo haben wir jetzt hier den Zopf vom Beil. Hier ist der Beil ein bisschen gröber im Span. Mit dem Messer kriege ich ein bisschen feinere Stücken hin. Aber das, wie gesagt, erstaunt jetzt auch nicht, da das natürlich wesentlich balliger und keiliger ist, im Endeffekt, als das Messer. Und jetzt, last but not least, auch die Bullomachete nehme ich sonst für diese Feinsparenbearbeitung nicht. Ja, aber wir testen hier die universellen Anwendungszwecke. Und hier würde ich natürlich nicht hier vorne mitarbeiten. kenne ich auch. Also es gibt mehrere Varianten. Ja, ich kann jetzt hier Stück für Stück auch hier mit dem vorderen Stück der Klinge arbeiten. Ja, hab dann natürlich nur kurze Schneidwege. Wenn ich das Ganze hier über den Daumen im Prinzip heble, ja, also mit dem Daumen das Ganze runterdrücke, dann bekomme ich hier besonders kurze, ja, aber man muss sagen, wirklich sehr feine Stücke hin. Ja, ihr seht jetzt gar nicht, wie fein das ist, aber es ist feiner als mit dem Messer. Und jetzt nehmen wir aber mal die Variante, wo ich ja etwas längere haben möchte, die man dann auch sieht. Man muss, ihr seht schon aufpassen, ja, wohin man hier im Prinzip mit dem Messer arbeitet, damit man mit der langen Klinge nicht irgendwo in irgendwas reinhaut. Auch hier sind die Späne etwas kürzer als bei den anderen. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich diese lange Klinge stärker nach unten drücke und nur ein kurzes Stück habe hier im Prinzip zum Sparen, weil ich halt mehr Angst habe, dass ich mir mit diesem Bohleende hier ins Knie rein säge. Also das würde noch länger gehen, wenn man das Werkstück einfach ein bisschen anders hält, das muss ich zugeben. Aber unterm Strich, ja, gleiche Zeit im Prinzip. Auch hier, ihr seht, damit bekommt man wirklich brennbare kleine Federchen hin. Jetzt hatten wir im Prinzip die drei Werkzeuge und hier habt ihr gesehen, ich habe das jedes Mal auf dem Oberstenkel abgezogen, ja. Also ich habe im Prinzip das Werkzeug über das Werkstück gefügt. Jetzt geht das natürlich auch noch ein bisschen anders. Es gibt noch eine zweite Variante davon, die werde ich jetzt hier auch mal zeigen, um da den direkten Vergleich zu haben. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal über die Klinge ziehen. Denn das ist tatsächlich die etwas kräfteschonendere Art, ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Klinge irgendwo anzusetzen, fest in dem Punkt zu arretieren, wie ich hier zum Beispiel in diesem Holzstück, ja. Es gibt ja die verschiedensten Stämme draußen auch, ne, Möglichkeiten, dann ist das eigentlich eher meine bevorzugte Art, weil sie im Endeffekt kräfteschonender ist, ja. Die andere Sache, das ist die, wenn ich besonders viel Eindruck machen will oder wenn man irgendwo in der Survival-Schule ist, um das Ganze besonders schön hinzubekommen, ja. Wenn ich ein Foto machen möchte von diesen Sticks zum Beispiel. Aber wenn es einfach nur darum geht, möglichst schnell, effektiv und kräfteschonend zu arbeiten, ist das hier meine bevorzugte Variante. Und wenn ich besonders schnell arbeite, dann fallen diese Sticks auch runter, ja. Also diese Späne, Entschuldigung, dass ich mal Sticks sage, ja, ich versuche beim Deutschen zu bleiben, dann fallen diese Späne zwar runter, aber das interessiert mich nicht, denn am Endeffekt, beim Feuer sammle ich sie sowieso einzeln ein, ja. Also packe sie einzeln drauf. Ich brenne hier nicht den kompletten Stock damit an, ja. Ich schneide die dann vom Holz sowieso runter, also es spielt keine große Rolle, wenn sie jetzt sowieso schon runterfallen, ne. Und ihr seht, ich kann in relativ kurzer Zeit, ja, ich habe mir jetzt überhaupt gar keine Mühe gegeben, weil ich ja nebenbei noch einen Roman geredet habe, aber deutlich effektiver, ja. Es geht halt schneller und das zählt draußen, vor allen Dingen, wenn es kurz vorm Regen ist, zählt das wesentlich mehr, als dass ich da den Bilderbuchspan habe, ja. Das Ganze jetzt mit dem Messer. Suchen wir uns hier wieder ein Stück von denen, die wir gerade hatten. Ja. Hier kann man halt die Spanenstärke auch sehr gut variieren, je nachdem, in welchem Winkel ich dieses Stück Holz zur Klinge anstelle. Das ist übrigens auch mal eine Art, Speere herzustellen, ne. Keile. Ja. Auch nicht schön, ja, das gebe ich zu, keine Frage, aber darum geht es im Endeffekt auch nicht, ja. Auch das ist mit dem Messer sehr gut möglich, diese, ich nenne sie mal, kräftesparende Art. Jetzt haben wir das Beil, ja. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Was das angeht, wenn wir jetzt hier drüber ziehen, ziehen wir uns natürlich das Beil weg, ja. Keine Frage, schwierig. Wir versuchen es dennoch, und zwar folgendermaßen. So. Und jetzt ziehe ich hier rüber die Späne ab. Erstmal, hier muss ich sagen, das Ding war, das war das krumme Holz, ja. Da. Mm. Also auch hier bekommt man einen Tannenbaum hin, mit dem Weil, mit dieser Variante, natürlich nicht ganz so einfach, weil die Klinge hier natürlich deutlich kürzer ist und es schwierig auch ist, draußen so ein Stück zu finden, wo man die genau so eintreiben kann, das gebe ich zu. Deswegen würde ich mit dem Beil, beim Beil würde ich doch eher dazu tendieren, das auf diese Art und Weise zu machen. Das ist, wie gesagt, meine Schnelle und hat auch funktioniert. Wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit dem Beil hier, die beiden Varianten, wichtig ist, dass wir feine Späne haben. Jetzt haben wir hier ein paar Spänen hergestellt, damit das Ganze nicht umsonst war und mir auch gelaubt. Wenn ich sage, das Zeug brennt, werden wir das auch gleich mal genau dahingehend vorbereiten, dass es genau das auch tut. Ihr seht, hätte ich jetzt besonders schöne Späne gemacht, dann müsste ich jetzt ganz besonders traurig sein. In diesem Fall trenne ich mich ohne jedes Gewissen im Prinzip von diesen Spänen. ich könnte das jetzt natürlich auch, spielt jetzt keine Rolle, auch mit einem anderen Werkzeug machen. Und ich jetzt hier nochmal zum Vergleich, für mich ist nur wichtig, dass ich hier die Späne im Prinzip raus habe. So und das haben wir jetzt auch. Und da wir ja eine Birke hatten, sind wir ja auch clever und nutzen das natürlich gleich mit als Anzündhilfe. So, damit wir jetzt nicht umsonst gearbeitet haben, sondern ich werde hier ein Feuer machen und das auf meine große Feuerschale übertragen, auf der ich den heute auch noch ein bisschen grillen werde. Also das Ganze hatte wirklich einen Sinn, das Holz hier zu zerteilen. Das Ganze jetzt nur hier in Brand setzen. Dazu noch ein Wort, das ist hier ein 0815 Feuerstahl, überhaupt nichts Besonderes. Ich mache auch nochmal ein Review bei mir auf der Seite, wo ich verschiedene vergleichen werde. Da werde ich auf das Thema nochmal genauer eingehen. Ansonsten nur eins in diesem Video vorab zum Thema Feuerstahl, was ich mal gesagt haben möchte. Ich habe hier so einige Messer bei mir im Sortiment und ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das schlechte Klingen sind. Ganz oft sieht man ja, dass der Feuerstahl mit der Klinge abgezogen wird. Das heißt nicht mit der Schneide in dem Fall, sondern mit dem Klingenrücken. Damit das Ganze funktioniert, muss hier natürlich eine relativ scharfe Kante drüber gezogen werden. Das heißt also, der Klingenrücken muss dafür besonders scharf sein, um nicht zu sagen, eigentlich schon angeschliffen scharf. Und zwar so scharf, dass wenn ich mit dem Klingenrücken arbeite und ich da den Daumen drauf habe und den auch zum Spalten von Holz zum Beispiel benutze, jegliche Drückarbeiten und so weiter, es immer dazu führen wird, dass entweder mein Daumen, also im Prinzip das menschliche Fleisch oder aber auch das Holz, wo man sich drauf schlage, was auch immer beschädigt wird. Auf so einem scharfen Klingenrücken, der in der Lage ist, diesen Feuerstahl oder auch jeden anderen, einen guten Funkenflug abzugewinnen. Das führt auch in jedem Fall immer dazu, dass mir der Finger wehtut, wenn ich da oben drauf drücke bei starken Arbeiten. Daher meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Ich bewerte deswegen ein Messer nicht schlecht, weil es sich nicht dafür eignet, mit einem Feuerstahl in Verbindung benutzt zu werden. Denn selbst dieses Messer, das würde ich jetzt mal sagen, ist so ein mittleres, aber das benutze ich halt ziemlich oft stark und das wird auch mal extrem hart rangenommen. Selbst dieses Messer besitzt, ich weiß nicht, ob ihr es seht, einen relativ geraden Klingenrücken. Also man könnte sagen, fast 90 Grad zur senkrecht abfallenden Klinge ist der Rücken. Wenn ich da drauf drücke, merke ich in jedem Fall die Spitze. Aber, passt auf, ihr könnt jetzt so sagen, das liegt am Feuerstahl, ich kann jetzt auch noch ein paar andere aus meiner Kiste holen, kein großer Unterschied. Dafür ist der Klingenrücken nicht geeignet und dafür ist der Klingenrücken der meisten meiner Messe nicht geeignet. Ich persönlich nutze ein Messer nicht für den Feuerstahl. Das werdet ihr auch in folgenden und zukünftigen Videos so nicht sehen und ich werde das Messer auch nicht daran beurteilen, ob es dafür Verwendung finden kann oder nicht. Das heißt, in meinen Produktrezessionen bei mir auf der Webseite werde ich das nicht als Negativkriterium aufführen. Klingenrücken ist nicht für Feuerstahl geeignet, weil ich meiner Meinung nach den Klingenrücken für andere Tätigkeiten bevorzugt benutze, anstatt ihn für den Anwendungszweck auf einem Feuerstahl im Prinzip blank und scharfkantig zu schleifen. Das soll jetzt hier nicht heißen, dass ich hier die Menschen verurteilen möchte, die ihr Messer benutzen, um das über den Feuerstahl abzuziehen. Ganz und gar nicht. Macht das ruhig, wenn ihr das wollt. Das ist gar kein Problem. Und wenn das mit euer Messer funktioniert, schöne Sache. Aber ich persönlich mache es halt nicht, da ich den Klingenrücken für andere Tätigkeiten nutze und die Kombination dieser Tätigkeiten harmoniert nicht mit der Nutzung auf einem Feuerstahl. Sprich, entweder ich will das eine oder ich brauche das andere. Nun könnte man ja sagen, okay, die Phase für den Feuerstahl ist ja nur ein geringes Stück auf dem Klingenrücken. Ja, meist wird ja der Vorderbereich genommen, weil ich hier die meiste Kraft zum Hebeln habe. Ja, nun könnte ich sagen, ich gehe weiter vom Griff weg. Ja, nach vorne brauche ich nicht mehr gehen, weil da ist die Hebelwirkung zu lang. Ich müsste schon irgendwo in der Mitte bleiben im Prinzip. Ja, und da würde ich ja vielleicht auch nicht mit dem Schlagholz beim Betoningen draufschlagen und da würde ich auch nicht unbedingt mit meinem Finger rankommen. Da habt ihr durchaus recht. Ja, wenn man also diesen Bereich hier, wo ich mit dem Finger nicht zu suchen habe, auch mit dem Schlagholz selten rankomme, den könnte man ja theoretisch dafür benutzen. Warum mache ich es trotzdem nicht? Ganz einfach. Weil ich, wenn ich den so blank schleife, das hier ist Eisen. Was anderes ist das ja nicht. Das ist ein Stahl mit verschiedenen Legierungselementen. Ziehe ich das hier öfter drüber ab? Schaut euch mal nach einer Weile euer Messer an. Abhängig vom Stahl. Und das ist kein Aussagekriterium für die Güte eures Stahls, denn es gibt Stähle, die beispielsweise, ich habe das in meinem anderen Video vorgestellt, ich denke da an den CPM 4V, der extrem korrosionsanfällig ist, der im Prinzip rostet ja schon vom Hingucken. Und wenn ich den dazu animiere, hier mit einem Eisen abzuziehen, da könnt ihr euch ja vorstellen, was mit dem 400 Euro Messer passiert. Sprich, die Benutzung eines Feuerstahls dient absolut nicht der Haltbarkeit eures Klingenstahls. Wir reden hier von Korrosion in diesem Fall. Das Messer kann nach relativ kurzer Zeit der regelmäßigen Anwendung mit einem Feuerstahl ganz miserabel aussehen und das kann so weit gehen, dass ihr hier im Prinzip eine Art, wie soll ich es mal sagen, Korrosions-Sollbruchstelle verursacht. Ich kann davon nur abraten, deswegen mache ich es persönlich nicht, weil ich es genau so schon mal hatte. Wenn ich jetzt natürlich ein billiges Messer habe, wir haben jetzt so einen Mohan-Niv für 25 Euro, das ist ja schon teuer bei denen, das erfüllt ja durchaus seinen Zweck, keine Frage, ich will das jetzt hier nicht degradieren, das Messer. Aber da spielt es keine Rolle, wenn ich das Messer irgendwann ausrangiere und wegschmeiße. Aber ganz ehrlich, das hier zum Beispiel, nun mal zum Beispiel, ich habe noch andere Stücke, ist ein relativ seltenes Messer, was nicht gerade einfach zu beschaffen war, was es schon seit Jahren nicht mehr gibt und was ich aber auch nicht missen möchte. Sollte das kaputt gehen, da werde ich mich richtig in den Hintern beißen. Das heißt nicht, dass ich es deswegen schone, aber was ich in jedem Fall ersparen werde, ist ein Feuerstahl. Das ist nur noch mal kurz zu dem Thema, wenn sich da jemand fragt, auch spätere Videos, ich will das nicht immer wie so eine Endlosschleife wiederholen, deswegen sage ich es jetzt gleich nochmal, weil es werden bestimmt noch die einen oder anderen kommen zu dem Thema, auch draußen auf Tour. Ich werde dann nicht das Messer nehmen, also wenn es darum geht, ich zünde das Feuer an, habe ich entweder andere Möglichkeiten, wenn ich unbedingt einen Feuerstahl nehmen will, aus welchen Gründen auch immer, packe ich das Messer beiseite. Und dann nehme ich aber auch nicht unbedingt das billige Ding, was hier dran hängt, das kann funktionieren, meistens ist das Seil sowieso zu kurz, ja dann muss ich es lose machen, dann verliere ich es, mache ich es zu lang, stört es und so weiter. Ich habe für Feuerstähle ein spezielles Stück Metall, was ich mir extra gebastelt habe, was ich auch meistens beiführe, wenn ich einen Feuerstahl dabei habe. Ansonsten ist das nur so ein Notding, was auch funktioniert, aber arbeite ich öfter damit, nehme ich genau dieses Stück Metall, das liegt sehr komfortabel in der Hand, das ist rasierklingscharf, damit kriege ich akkurate Funken, dazu muss ich im Prinzip kein Werkzeug im Prinzip verstümmeln. Ja, lange Rede und jetzt schauen wir mal, ob wir zu diesem kleinen 0815 Stückchen Feuerstahl hier auch ein Flämmchen mit unseren schönen Basteleien hinbekommen. Das war's. Das war's. Meist estable. Damit auch vermutlich nicht erst Das war's für heute. Ja, ihr seht, wir waren erfolgreich. Hier nochmal das, worum es heute ging. Messer, Beil und Haumesser. Ich habe euch mit dem Video ein bisschen den Unterschied zeigen wollen zwischen diesen drei Klingen, mit denen man im Prinzip schlagende Tätigkeiten ausüben kann. Das Beil, was wahrscheinlich die meisten nach wie vor gern nutzen, wahrscheinlich in Kombination mit einem kleinen Messer, Beispiel sowas an der Art, 12 cm Klinge bei, kommt man halt sehr weit mit, hatte ich ja im anderen Video auch schon mal genannt. Dann das Messer, was ich natürlich auch sehr gut für alles nutzen kann. Natürlich bis zum gewissen Grad ist es effektiv aufgrund des etwas geringen Gewichtes im Gegensatz zu den anderen beiden hat es nicht immer die Nase vorn. Das war ja klar, es ist eine sehr universelle Klinge, aber meiner Meinung nach in diesem Dreiervergleich nicht unbedingt der sogenannte Sieger. Aber für mich persönlich und ich kann immer nur wieder sagen, für meinen Anwendungszweck, wenn es darum geht, universell so viel wie möglich mit nur einer Klinge zu machen, dann punktet das große Haumesser für mich am meisten. Ich kann damit tatsächlich alles machen, wie wir heute gesehen haben. Ja, abhängig ist das Ganze natürlich immer von der persönlichen Vorliebe. Ja, womit arbeite ich lieber? Und dann hatte ich ja auch schon in anderen Videos darauf hingewiesen, wenn ich mit etwas besonders gern arbeite, dann nutze ich es auch öfter und dann rechtfertige ich auch den Nutzen für entsprechende Anwendungen eher als beispielsweise für andere. Leute, die zum Beispiel großen Messern absolut nichts abgewinnen können, warum auch immer, die werden das jetzt natürlich anders sehen. Und das verstehe ich auch, das kann ich wirklich nachvollziehen. Deswegen sage ich für mich der Dreiervergleich, weil Messer, und das ist wirklich was, was ich immer dabei habe, das Messer, weil es sehr universell ist, aber wenn ich mich nur für ein Haumesser, also eine Klinge für schlagende Spalttätigkeiten entscheiden müsste und für alle anderen Arbeiten, die ich auch noch auf Tour mache, dann wäre es diese. Jetzt habe ich erstmal einige vergleichende Klingenvideos gemacht und ich denke in Zukunft werde ich noch das eine oder andere Video von meinen einzelnen Produktrezisionen bei mir auf der Webseite nachziehen. Das heißt einzelne Klingen jeweils im entsprechenden Review, ohne Vergleiche zu anderen Produkten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, egal mit welcher von diesen drei Klingen, wenn es denn eine davon sein soll, viel Spaß draußen. Das ist mir natürlich auch ein neues Klingenvideos und ein neues Klingenvideos und ein neues Klingenvideos. Ich hoffe, es hilft auch, es hilft, es heilt die Bedeosung zu dem Klingenvideos. Jetzt habe ich mich über die Korrechenvideos und ein neues Klingenvideos. Ich habe mich über die Korrechenvideos und ein neues Klingenvideos.